Hallo Leute, zu und jetzt geht's Splatoon 2, Clubnetop 2 In einer des kurzes Einführungsvideo, oder? Wie geht's? Splatoon 2, was dann? Wollen wir mal gucken? Ja, ich komme nicht gleich hin! Hup, 12 Uhr, da können wir es nicht machen Ich war jetzt ja heute schon sammeln zu sagen, gestern habe ich auch schon mal einen Testfeuer, aber da habe ich mit Leuten das Stream gemacht Stubmodeller Jetzt kommen wir nicht mal die Konzentratorer Ich habe alle Waffen Ausspüße auf den Konzentratorer Ich glaube die Konzentrator werde ich auch schlecht sein Oh Gott, die Bewegungssteuerung, habe ich die ausgeschaltet? Ich hatte Bewegungssteuerung in dem Spiel Ich nehme die X in die Karte rein oder so? Ja Ich nehme die X in die Karte ein oder so ist... ja Die Linken, Linken Oh, Valu, ich schick auch, ey Na dann los, Kampf beginnt Kampferate, Revierkampf Färben, nur die Züge 1 Das sieht jetzt gar nicht gut aus Kampferate, die es nicht überschaut Ich bin die Nachlage direkt Ich habe das Spiel wieder Ich dachte, dass ich nur einen Doppelbücher schreibe. Was ist denn für eine Laser-Kadone? Woaaaaah! Aber ich kann auch nicht linken, das ist die Gescheiße! Was sagst du denn hier? Und dann kann sie doch springen aber nicht, das merkt total Ich springe nicht mehr mit Pizze oder mit Arm Geht, geht, geht Geht, geht, geht Das ist doch wechseln eigentlich Da kann ich gleich den Krabbe wechseln Ich muss noch einen Krabbe hinter den Krabbe Du kannst noch einen Krabbe hinter den Krabbe Das ist doch, was sagst du? Wie ist das? komm jetzt haut ihr doch mal rüber hier, das kann doch nicht mehr aus wir waren die dritte, wir haben mit ein Huckelgeile Spiele gespielt war das schlecht 400, 400, 400, 400 wir haben total verschissen wir haben wahrscheinlich so 3 Parts wir haben, die wir jetzt hier spielen nein, ich habe Waffe wechseln ich bleib bei meinen guten alten Klecks Roller ich hätte gerne meine AG gehabt, aber nachher hatten wahrscheinlich nur in der Vollversion die AG wir haben besucht das sieht nicht gut aus, die habe ich aber abgeschissen kackt die Software ab oder kackt sie nicht ab? ja, die kackt ab, ich danke dir das Dankespiel, danke Lass noch was trinken ok, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die Verbindung hergestellt habe wir sehen uns dann wir sehen uns dann wir sehen uns dann der